Das ist schon ziemlich lange. Also, ich möchte eine automatische Frau mit perfekter Mechanik, die still in der Ecke steht und schön aussieht, mit auswechselbaren Teilen, zum Beispiel den Busen oder die Beine, die dann angestellt, liebeswürdige und kluge Sachen sagt, mir schmeichelt und leidenschaftlich ist, wie ich es gerade brauche. Sie darf aber höchstens 8 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. So, nun, dieses Gedicht habe ich 1975, glaube ich, irgendwann geschrieben. Also, und vor kurzem, ist noch gar nicht allzu lange her, so ein paar Wochen. Äh, dieses ist dann schon sehr lange her und jetzt. Doch, nun sagt mir neulich meine Frau. Bitte hör mal zu, ganz genau. Ich wünsche mir so gerne einen Mann, der immer will und immer kann. Dieser automatische schöne Herr gefiel mir gut und fehlt mir sehr. Baut ihn bitte etwas schneller so ein, wie bei Barbarella. Roboter Victor, Sie haben Stil, sagte sie da. Und das war viel. Er muss ja nicht sehr teuer sein. Hauptsache, er passt wo rein. Und in den heutigen grünen Zeiten sollte er auch elektrisch gleiten. So. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.